Hallo, wir machen mal Dead Space 3 weiter Da wo wir letztes mal aufgehört haben, direkt nach dem Failen quasi Ja, mussten zwar gerade erst wieder hinten liegen, wegen links Ah, wegen dem Cellphone, mussten wir kurz her Haben wir eigentlich auch nur das gemacht, was wir letzte Folge, wo wir aufgehört haben What? Ah, hier, komm mit Aber ich merke doch schon langsam irgendwie, wie ich so Inventar immer roll habe Ich weiß nie, ob ich lieber Medikits oder lieber Muni mitnehme Ah, ah Ah, hier geht's lang Sie sind ja lustige Särge Ja, das schaffte ich mir auch gerade Wie kommen Sie darauf? Die Blutflicken alle, was Sie im Kopf hören Kein gutes Zeichen Ey, was ist das? Ach, so eine Batterie Es geht aus, als hätte jemand aus Quarantälegründen einen Shop geschlossen Können wir da durchschneiden? Nein Zu dick Aber es öffnet sich vielleicht, wenn ich es hochfahre Guck mal raus, Alter, wie der Skelett da von dem Schiff aussieht, einfach so gut Robin Ha Machst du? Ich habe gerade eine Bank gemacht Da ist auch eine Bank Da ist auch eine Bank Und eine Bank In all den Tagen, die hier herumliegen, kann ich eine bessere Waffe als die machen Gute Idee Alter Ja, ich bin sicher, dass das Tutorial überspringen möchte Alter, ist das scheiße zu navigieren in der Bank Alter Ach so, man hat hier eh noch keine Dinger, ja Konnte man hier nicht auf Sachen einlagern? Ach, wird Ja Ah, da ist safe, ja Also hier kann man hier auch noch ziehen Wir haben eh noch nichts gefunden, womit wir was bauen könnten oder sonst was Komm, guck mal hier raus, Robin Guck mal, ob dieses Wrack von dem Schiff da ist Sieht aus wie so ein Skelett Ja, ich finde, das sieht voll gut aus Ich denke mal, wir müssen die Leiter hier hoch, oder? Ja, aber ich will erstmal hier lang Achso, da gibt's, ja, ich denke mal, wird das nicht der gleiche Weg sein? Weiß ich nicht Ah, nee, ist es nicht Warte, da oben ist auch was, ich teste mal hier, ob man hier Warte, die ist gut War das bei dir drüben? Ja, nicht Bei dir müssen wir lang Nein, hier ist nämlich auch nichts Warte, was ist das? Ich habe irgendein EN-Wandler EN-Wandler Ja, das ist, ähm Um Sachen zu bauen Achso, okay Na gut, mehr ist hier oben auch nicht Ich sehe, ich schließe schon ganz in der Ecke, kommt der Hinweis, Partner braucht mehr Platz Ja, und ich war schon oben, das Stand da, äh, Leiter wird vom Partner blockiert Ich denke mal, wir müssen hier weiter Ach du Scheiße Oh Gott, ja Mach die Tür denn für Geräusche, Alter Oh Gott, jetzt geht die wieder zu Wobei ich bin eigentlich froh Das heißt, hier von hinter uns kann gleich nichts kommen Normalerweise Öffnest du dich mal? Ah, jetzt muss ich das warten Jetzt geht's Achso, ich guck mal an die Wand, ey, wie hart das aussieht mit meinem Helm Ich kann die Tür nicht öffnen Warte mal, geh mal weg Lass mich mal verletzen Jetzt geht's Du warst zu weit weg Oh Gott Alter Ah, wie das dir direkt voll Ja, genau Fußabend, das Ding ist froh Leute, wir stecken in der Scheiße Was, was, wo war das denn? Nee, kommst du darauf Die Waffe ist der Haus mit der Leben graben sie auch nicht Wenn sie verhandelt in diese Viecher Und, was machen wir jetzt? Halten sie ihre Waffe im Anschlag und bleiben sie bloß von den Lüftungsschächten weg Rücken wir ihnen auf die Pelle, schießen sie auf die Extremität, verstanden? Haben sie das verstanden? Ja, okay, okay Was soll da mit sein? Das ist ja auch ein Kack mit den Tieren, wenn sie so, oh Gott, Robin, hier sind erst mal da oben Verliert nun eigentlich ein ganzes Munitionspeck, wenn man nachlägt Ja Hm? Ja Aber ich habe so viele Ich weiß gar nicht, wie viele ich habe Ja, ich habe, äh, 107 Schuss Okay, jetzt habe ich hier ein bisschen mehr Oh, ich will das nicht, ich habe, äh, 40, 60, 80 Schuss, aber das reicht locker Komm, Kopf Du hast ne Kiste Ha, fick dich Wie ich nicht auf dich schleudern kann Oh, ich habe ein Artefakt, lass mal angucken Ah, woher lag das? Das möchte ich mir aber jetzt nicht durchlesen Also, wer das lesen möchte, der kann pausieren Ja, anhalten, ja Das hat aber irgendwie eine sehr drückende Stimmung, muss ich sagen, hier in dem Raumschiff Oh Gott Ihhh Stell mich einfach mal hier hinten hin Ah Ich bin ja froh, dass man so schnell nachlägt Warte mal, hier hinten ist noch was Altmetall Hier ist noch so ne Kiste, kann man die zertreten? Ja, ich Alter, du nimmst die ganze Teilen die ganze Zeit mit Ja, ich weiß, ich schieb die so ein bisschen so Somatkel Hier ist ein Fahrstuhl, wo müssen wir lang? Wir müssen da lang, nehmen wir gleich erst den Fahrstuhl Ja Upgradepläne, ja, Feuerrate Ich hab'n Textblock gefunden, oh Gott Direkt mal an der nächsten Bank auf den Plasma Cutter, Feuerrate Hast du den Textblock eigentlich auch hoffen? Wo, wie, was, nee Ich hab' hier so'n Textblock gefunden in der Leiche Ja, ich glaub' die kriegen wir zwar beide Soll ich den kurz vorlesen? Warte mal kurz Wenn du den nicht hast Ich muss hier mal kurz klarkommen Wie kann man denn da oben zwischen den Ah, eins, zwei, drei Datenbank Sucherbots Achja, Sucherbots gibt's ja auch noch Datenbank hab' ich Man kann aber auch nachgucken, wie viele Kapitel es gibt Das ist voll dumm gemacht Ah, stimmt Heißt das Ding offizielle Befehle? Ne, es gab Artefakt Ja, das hatte ich doch vorhin Achso Oh Ah Deins müsste dann offizielle Befehle Ja Hast du das auch? Ja, ja Okay, hast du's ja einmal kurz angemacht, ne? Ne, mach' ich jetzt Damit die das lesen können Ich freu' mich schon auf die Sucherbots Wie sie einfach komplett groß geschrieben ist So, wer's lesen wollte, pausieren Kennt er ja Ah, Fahrstuhl ist verriegelt Ich hab mir's grad auch so hindurch gelesen Also da war Eine Frau, um es kurz zu fassen Da ist eine Frau, die Major Majorie heißt die Sie wurde quasi unter Zimmerarrest gestellt Sollten halt Wachen aufgestellt werden Da ist die Lüftungsschacht Boah, Alter Was ist das denn? Oh Gott Er schreck mich doch nicht so Boah, viele Sachen Ah Ich will das eigentlich nicht zerschießen Aber was sein muss, muss sein Etwas Oh nein, nicht die Alter Sieht hier mal super lecker aus Oh Gott, natürlich kann nicht nur direkt eins kommen Sondern sofort nötig mehrere Ah, die schießen ja Ja, du musst in die komischen Tentakel abschießen Okay Man kann die auch so töten Ah, die anderen Viecher ja Da hinten sind ja noch mehr Ich finde das denn das Licht von meinem Helm Sieht aber so gut aus Sieht aber so gut aus Sieht aber so gut aus Textlock Sedieren Was heißt denn sedieren? Wahrscheinlich töten Wieder mal Wer lesen will anhalten Wie immer Ja Oh, das ist ne lange Leiter Bist du hinter mir? Die einfach Runde hier mit auf dem Schiff hatten Bist du hinter mir? Ja Ich bin an der Leiter Ach du Scheißdreck Warum machst du Scheißdreck? Sieht schon vielversprechend aus Ja, das hier sieht vielversprechend aus Ja, ich bin hier Ich glaub das ist Strom Würde ich mal behaupten Weil da so Spulen und so Ja Und ich glaube ich habe den Hauptgenerator des Schiffs gefunden Wenn ich die Stromzufuhr wieder herstellen kann Sollte sich der Übergang für Sie öffnen Was ist mit Ihnen? Hier gibt es einen Aufzug der direkt zur Spitze hochgeht Ich treffe Sie an Alice Koordinat Ich treffe Sie an Alice Koordinat Robin Ich hab Angst Ey Oh ne Scheiße Das ist doch so klar was passiert wenn du den Kack da anschildest Muss ich auch irgendwas drücken Sieht aus der Hauptgenerator der Roanoke Wenn ich ihn einschalte sollte die Aufzüge und Übergang zu einem gesamten Schiff mit Energie versorgen Ja Sag mir wie und ich machs Ja Wahrscheinlich müssen wir hier im Raum irgendwas machen Ah ja Robin wir müssen an diesen Spulen was machen Achja warte ich geh an die andere Müssen wir das vielleicht gleichzeitig machen? Robin kannst du jetzt hier irgendwas machen? Ach Jan Ja Ja Ich komm zu dir das gleiche müssen wir auch auf meiner Seite Halt das mal runter Ja ja ich weiß ich weiß Habs grad auch schon gehört Und die straighte Spule Tiefer Alter was für einen Laut das gemacht hat Ja ich hör schon die ersten Oh Gott Ja da kommt einer Was ist das? Das ist so ein Scheiß Hinter uns Ach weiter Und noch eins Du schaust dir alleine ne Boah hier ist direkt ein Dings wir bleiben Ja hier sind beide auf beiden Seiten direkt welche Halt mal runter Ja warte kurz ich muss grad Ja Da ist ein Dings Oh Gott Ja Aber Ist an Wo ist das? Wo ist das? Da oben Aber ich muss hier abgewinnen sofort nachzuladen Das ist schlimm Ja das hat man halt von Call of Duty so drin Ja Ja Oder Battlesheet 3 auch noch Oder Battlesheet 4 Ja da verlierst du ja auch Munition Ja eben Ja ist bei Call of Duty Ghosts eigentlich auch so Echt? Mh der wirft dann auch die Reste Ja Ja Ja